Ja, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Video hier bei Gamerski und heute ist es mal ein bisschen anders als sonst, denn heute machen wir ein kleines Unboxing und zwar von den beiden Gaming-Mäusen von Razer und zwar der Orochi V2 und der Viper Ultimate. Das Ding ist, ich habe ja jetzt erstmal eine Menge zu tun, weil ich ja ein neues Studio angemietet habe und mich da erstmal einrichten muss und so weiter. Da wird auf jeden Fall sehr cooler Content kommen. Deswegen sind jetzt erstmal so sporadisch Videos geplant, ein bis zwei Unboxings, bis es wieder richtig losgeht mit Reviews. Die Reviews zu den beiden Mäusen kommen natürlich auch in den nächsten Wochen. Da könnt ihr mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr bei den Reviews sehen wollt, was euch interessiert, worauf ich besonders eingehen soll. Ansonsten, wenn es euch interessiert, nehme ich euch natürlich auch auf eine kleine Studiotour dann mit. Werd so ein bisschen Progress auf Instagram und Twitter posten, was halt die Einrichtungen und so weiter angeht. Das könnt ihr alles verfolgen, ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, also die Social Media Kanäle und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Unboxing. Das ist die Einrichtungen und das ist die Einrichtungen und die Einrichtungen. Wir machen jetzt die Schmuck. Es ist schon ein Kabel. Sie haben das große Schmuck. Sie werden mit dem Guck. Ich muss aus der Schmuck. Ich will euch noch mal ein bisschen machen. Ich werde den Schmuck falleig machen. Ich werde den Schmuck zu schlafen. Ich werde das Schmuck zu schlafen. Ich werde das Schmuck zum Schmuck. Dann wird das Schmuck geschmuck ab. Ich werde das Schmuck ausgeschmissen. Und jetzt noch ein paar Teile. So wie, ich habe jetztARIEN! Ihr habt gesagt, du bist so gut. Da sind wir schon! Die Kurve da sind dann die rein. Diese sind beim nächsten Mal. Die Kurve ist klar. Die Kurve ist klar. Die Kurve ist sehr schön. Die Kurve ist da. Die Kurve ist heute der Kurve. Auf dem zweiten Kurve ist dasaper Kupf. Das ist so vielmals Musicales. Und jetzt noch ein paar Teile. Okay. Und jetzt kommt die Kaffee auf der Kaffee. Soll ich jetzt noch ein bisschen wasser. So, ich habe jetzt noch ein paar Sachen, die ich habe. ja dann hoffe ich euch hat das video gefallen die mäuse an sich sehen ja schon mal ganz cool aus und fühlen sich richtig gut an ich bin auf die reviews gespannt ihr solltet auch gespannt sein damit ihr die nicht verpasst lasst gerne mal ein like und ein abo da und dann sehen wir uns in einem der nächsten videos macht's gut bis dahin und tschüss